Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Kutelika. Da unten steht jetzt Zeit 52 Minuten, ich habe nämlich gerade kurz Pause gemacht und sowas. Ich glaube diese Zeit wird eine, also die wird nie stimmen. Niemals. Wir sind immer noch hier und wir wollen jetzt da drüben hin, glaube ich. Pink? Okay, pink. Hey, aufhör, hör auf. Hey, warum fangen die denn an? So, unsere gute Kutelika mit ihren viel zu hohen Strümpfen wird nun das nicht tun. Die wird jetzt nämlich laufen erstmal. Bam. Und jetzt wird sie angreifen. Hahaha, komm zurück. Nein, ich habe es zurückgedrängt. Verdammt. Hacken, ey. Los, hack's kaputt. Yeah. Er ist Gimli. Oder eine Mischung aus, er hat einen Rucksack auf. Für mich ist er irgendwie eine männliche Lara Croft, obwohl das doch eigentlich der Uncharted-Typ ist. Bewegen, wir müssen uns mal ein bisschen zu dem Ding hin bewegen, so. Dann wird auch immer der Bildschirm kleiner, wenn man ins Kampfmenü kommt. Hau ihn kaputt. Tu es. Yeah. Zack, tot. Oh, wir haben kein richtiges Gesicht. Achso, Ladesequenz. Spiel lädt. Interessant, dass hier noch nicht mal irgendwo steht, dass es lädt. Ach. Was? Wir haben nichts gefunden. Sollen wir da reingehen? Jo, was haben wir da? Was ist das? Telis gefunden? Ja, ich weiß nicht, was ein Telis ist. Telis mitgenommen. Warum? Zeigen wir mal, was Telis macht. Ausrüstung? Was ist Telis? Erklärung. Eine kleine Flasche Rosé-Wein. Der Wein hat ein feines Bouquet. Frischt MP auf. Ah, okay. Alles klar. Cool. Mag ich? Gern. Okay, gibt's jetzt sonst noch irgendwas? Können wir das alles anreden, vielleicht? Überall sind verschiedene Gegenstände willkürlich gestapelt. Ach Gott, das erinnert mich so an. Resentive. Überall sind verschiedene Gegenstände willkürlich gestapelt. Ja, ich habe auch gelesen im Internet, dass das wohl so sich an Resentive und sowas ein bisschen orientiert, was so, äh, ich weiß auch nicht, irgendwas hat man so geschrieben. Wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's hier überall Kankerlaken. Oh, was ist denn das? Hä? Hat das ein Gesicht? Was ist das? Okay. Was hieß das? Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden's auf jeden Fall erstmal angreifen. Wenn's nicht funktioniert, dann fackeln wir's einfach an. So. Unser Edward. Edward mit der Axthand. Ähm, den bewegen wir erstmal. Hier hin aber. Am liebsten, den hätte ich mal gespeichert, aber ich weiß nicht wie. Hallo? Greif an. Ähm. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Herzloser. Nein, er greift nur eine Frau an. Ach, ist es geflohen, oder was? Das ist ja bitter. Wir haben Lumpen gefunden. Wen wollen wir mal die Lumpen denn anziehen? Ähm, wie komm ich nochmal ins Menü? In U. Äh, ja, mit U komm ich ins Menü. Das ist immer noch sehr seltsam. Objekt, äh, aus. Ne, das ist falsch. Äh, das ist falsch. Vielleicht gerade tun wir mal ausrüsten. Und zwar, hier mal ihn. Er bekommt jetzt Luftlumpen. Er hat die Luftaxt, also bekommt er Luftlumpen. So, das war's. Sehr schön. Unser Edward. Hat da jetzt einfach Luftlumpen an. Hätten wir uns da vielleicht doch... Hä, wir sind draußen? Will ich überhaupt raus? Pistolenmunition gefunden. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Pistolenmunition mitgenommen. Was ist denn hier passiert? Das ist alles Fisch. Ich glaube, ich bin ein bisschen an Death Stranding. Oh, warte mal. Er scheint durchwühlt worden zu sein. Er hat der Schuppen. Sollen wir mal an den Turm gehen? Guck mal hier. Was sind die? Sollen wir es mal anfackeln? Ach, ich wollte doch gucken, wie ich speichere. Feuer. Gucken, ob es gut brennt. Macht sie immer und weiß wie lange braucht die dafür, bis sie ihre Feuerattacke macht. Stirbt das? Ich verstehe das nicht. Ja, scheinbar stirbt das. Wir werden diese Lumpen unserer Kudelka entziehen. So, ausrüsten. Ich würde gern ihr Wasserlumpen. Oh, Wasserlumpen? Wann haben wir die her? Okay, sie hat jetzt eindeutig Wasserlumpen an. So, mal in den Turm. Gehen wir uns erst mal unten umgucken. Ich weiß nicht. Korridor. Korridor. Erstes Geschoss. Ah. Komm, wir gehen nochmal zurück. Bisschen schneller hier. Tür. Betätigen Sie nun die Tür. Hallo? Tür. Kann ich die Tür benutzen? BB nutzen. Ist jetzt vielleicht noch was hinter diesem Bild? Ne, schade eigentlich. Wir wollen jetzt mal hier runter gucken. Okay, wir dürfen nicht. Es ist ein Herzloser übrigens. So, sie ist schon in Angriffsposition, dann machen wir das mal. Messer ihn. Wie du noch nie gemessert hast. Mess, Mess. Ach nein, sie schiebt ihn immer wieder zurück. Wir müssen ihn erst bewegen. Angreifen. Yeah. Braucht ihn mal ein bisschen länger. Ja, ich bin zu schön, ich habe gewonnen. Neuer Level, Kudelka. Vier Bonuspunkte habe ich erhalten. Was machen wir jetzt? Wollen wir das hier machen vielleicht? So. Nein! Verdammt. Okay. Weiß ich eigentlich nicht. Weisheit müsste ich eigentlich machen, oder bei ihr? Hat der Edward auch noch ein Level? Ne. Edward ist levellos. Ach, ich muss ja, ich muss laufen so. Hier haben wir eine Wand. Wand? Mit der kann ich die machen. Einen. Einen. Man sieht nur unseren Haarschopf. Einen. Ha. Ha. In dem Raum befindet sich ein altes Paar, Okten und Bessie Hartmann, die sich als die Hausmeister des Klosters Nemethun vorstellen. Ok, haben die jetzt auch Stimmen? Hallo. Wie ungewöhnlich, dass es Sie in unsere ländliche Gegend verschlagen hat. Für junge Leute gibt es hier nichts interessantes. Es ist draußen so kalt geworden. Wir haben nicht mit Besuch gerechnet. Leider kann ich Ihnen nur Suppe anbieten. Bitte bedienen Sie sich. Oh ja, nur zu. Danke. Es duftet herrlich. Und Sie? Mögen Sie keine Kartoffelsuppe? Nein. Das ist es nicht. Ich habe keinen Hunger. Vielen Dank für Ihre Gastfreundlichkeit. Aha. Es ist uns ein Vergnügen. Sagen Sie mir bitte, wenn Ihnen etwas fehlt. Wissen Sie, wir leben hier ganz allein und bekommen nur selten so netten Besuche. Sie leben wirklich ganz alleine hier? Warum fragen Sie? Nun, im Nebel konnte ich es nicht genau erkennen, aber dieses Gebäude sah wie eine alte Kathedrale aus. Ich habe mir etwas zu groß vor für Sie beide. Sie haben recht. Im neunten Jahrhundert baute ein irischer Heiliger namens Daniel Scotius hier ein Gotteshaus, um Monster und böse Geister zu bekämpfen. Und gründete damit das Kloster Namaton. So sagt man jedenfalls. Monster? Tatsächlich? Ja. Was ist damit? Es ist kaum zu glauben, aber wir haben auf dem Weg einen Monster gesehen. Ist das wahr? Sie haben es auch gesehen? Sie meinen, das Monster treibt sich hier schon länger herum? Nun, wir kümmern uns schon seit Jahren um dieses Kloster. Vor ungefähr sechs Monaten tauchten plötzlich diese Monster auf. Von Monat zu Monat werden es mehr. Ein alter Seebär wie ich fürchtet keine Monster. Es wird Ihnen hoffentlich nichts Schlimmes passieren. Ein Monster hätte uns fast getötet. Nun haben wir keine Patronen mehr. Das ist gar nicht gut. Die Monster könnten wieder angreifen. Ich habe noch Patronen übrig. Danke. Das wäre großartig. Immer hilfsbereit, mein Ogden. So ist er nun mal. Nun, sind Sie schon lange zusammen? Ja, eine ganze Weile. Jetzt malt er nur noch Bilder und hält dieses alte Gebäude in Schuss. Ja, ja. Aber früher. In jungen Jahren. Danke, Otgen. Ich schulde Ihnen was. Das ist so cool mit den Stimmen. So viel Liebe damals. Das ist echt so schön. Kann ich da wieder rein? Ich will mal wieder zu Ogden zurück. Sie wurde mit dem roten Schlüssel zugesperrt. Aha. Ich brauche einen roten Schlüssel. Ich glaube, wir bewegen uns erstmal kurz. Ich bin so leicht wie eine Feder. Schnipp schnapp. Schnipp schnapp. Wie? 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 Ah, jetzt ist sie vergiftet. Mach es platt, ey. Jetzt hat deine Frau vergiftet. Was? Das lebt immer noch. Das habe ich erstmal gar nicht mitgekriegt. Ich stelle uns mal hier hin lieber. So. 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 Verstanden? Gift. Nie im Leben. Nur ein wenig. Ich hatte eine giftige Pflanze gerochen. Was ist das? Oh, ich kann dir sagen, wie du dich fühlen wirst. In einer halben Stunde kannst du dich nicht bewegen. Wenn wir kein Gegenmittel finden, tja, wirst du sterben. Also du meinst, sie wollten uns töten? Aber warum? Keine Einung. Aber sie scheinen das nicht zum ersten Mal zu machen. Irgendetwas haben sie zu verbergen. Hör mir gut zu, Edward. Ich werde jetzt versuchen, dich zu retten, aber du musst mir versprechen, nicht sofort wütend zu dem alten Tag zurückzulaufen. Wir lassen sie in dem Glauben, dass wir tot sind und erkunden weiter dieses Gebäude. Ich denke, wir werden noch interessante Entdeckungen machen. Das ist ein bisschen harsch, würde ich sagen. Diese Schlingelin. Ist er wieder am rumlen? Jetzt mal im Ernst. Wie kann ich ihn jetzt hier speichern? Menü, temporäres Laden. Vielleicht kann man ja irgendwann laden, äh, speichern. Messer gefunden. Möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Ja. Messer mitgenommen. Küche. Hier gibt es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Es ist nur eine Küche. Oh, da haben wir jetzt drei. Das ist aber gemein. Wie lange brauchen die für die Magie? Ha, 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 ha. Null. Okay, das hat's ja voll gebracht. Hm. Ich glaub, das ist nicht so gut gegen die, weil die machen ja Feuerattacken. Aber ich glaub, das ist nicht so gut gegen die Art. Ich glaube, das ist nicht so gut gegen die Art. Wenn die Art. Irgendwas stimmt mit unserer Kodell gar nicht, die hat null Schaden gekriegt ständig. Oh, ich bin stumm, das heißt ich kann keine Magie machen. Okay, die halten viel aus scheinbar. Ich lasse meinen loswerden, normalerweise hätte ich den anderen angegriffen, aber irgendwie... Oh yeah! Erster grüner Lumpen ist hinüber. Oh, der macht seine Mega-Attacke, nein! Wir sind ein bisschen schwach, oder sind Werke nur zu stark? Oh, wir sind beide stumm. Haha, ist da jemand tot? Ist da jemand tot? Oh, jetzt kommt ein neuer Beat. Oh, das ist aber ein schönes Lied. Bisschen orientalisch, oder? Die haben jetzt ein Level-Up wieder. Dann würde es sehr schnell gehen. Ne, die haben auch nichts gefunden, leider. Ach, wir kommen in den... Oh, was gibt's hier? Psst, gar nicht. Oh, was ist das? Käse gefunden! Möchtest du den Gegend schon mitnehmen? Ja, Käse! Käse mit Knum? Lieben Käse! Okay. Hm. Ich bitte wieder die... Aber... Ach ne, guck an. Die beiden Kameraden. Die greifen etwa an. Fang die etwa an. Bewegen. Wir bewegen uns mal... Hier hin. Warten. Ah, vielleicht hätte ich hinten warten sollen. Ich hätte echt hinten warten sollen. So weit können die, glaube ich, nicht laufen. Deine sind bei uns noch ein Euro-Ein-Ein-Nein-Nein-Nein-Nein. Ich hoffe, ich habe den Zubner als erinnert. Ich hoffe, dass ich noch mal sehen kann. Ich habe den Zubner in den Zubner. Wie gesagt, diese sind immer noch garantiert. Ich hab jetzt hier auf den Zubner. Ich bin ein Pfeil verloren. Ich bin ein Pfeil verloren. Ich mache das, wie gesagt, ich bin ein Pfeil. ist unser Rock eigentlich schwarz oder lila? Wahrscheinlich lila, gell? Bitte, nicht immer auf die Frau! Nicht nur noch vergiftet, wer hätte das gedacht? Was haben die eigentlich mit Monster gemeint? Die sind ja einem Monster begegnet, aber das sind ja, ich gehe mal davon aus, dass die sagen, das sind Keller als ein normaler, oder das sehen die auch als Monster? Ja, ich bin der Stärkste! Oh, heiltrank groß, ja! Das ist ja praktisch! Und wir könnten uns mal heilen! Heilen, Gudelka! Also wenn man Select oder Start drückt, passiert einfach nichts! Hm... Formation... Vorne... Okay, alles klar! Habe ich Bescheid! Karte, wir haben keine Karte! Okay! Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit dabei gewesen seid! Wir haben jetzt ein herzloses Hausmeisterpärchen kennengelernt! Also an sich war es ja... Erst waren sie richtig nett! Aber die Gudelka ist auch ein bisschen komisch! Sie ist ein bisschen überheblich! Ich weiß noch nicht so richtig, was mit ihr überhaupt los ist! Sie ist sehr auf sich bedacht und lässt den anderen einfach fast scherben! Ja, mal gucken, wie es zwischen den beiden weitergeht! Uns fehlt ja schließlich noch eine dritte Person im Bunde! Mal gucken, wie das wird! Also, habt bereit! Schönen Abend! Bleibt gesund! Und bis morgen! Tschüss! Tschüss!